Das Thema Vertiefen wird zugeschaltet, ist Professor Klaus Stör, Virologe und ehemaliger Pandemiebeauftragter und Forschungskoordinator der WHO. Ich grüße Sie, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Hallo Frau Kneble, guten Morgen. Welche gesicherten Erkenntnisse haben Sie denn über die neue Virusvariante Omikron? So viel Gesichertes gibt es noch nicht, aber die Hinweise, die Sie jetzt verdichten, würden darauf deuten lassen, dass tatsächlich die Impfstoffe auf den neuesten Stand gebracht werden müssen. Daran arbeiten ja schon die Impfstoffhersteller und auch die Zulassungsbehörden. Dieser auf den neuesten Stand gebrachte Impfstoff wird jedoch nicht in signifikanten Mengen vor dem März, April nächsten Jahres zur Verfügung stehen. Das Gute ist, dass die Immunabwehr ja nicht nur allein aus diesen Antikörpern besteht, sondern da gibt es ja noch zwei weitere Bollwerke, die den Eindringen und die krankmachende Wirkung des Erregers abschwächen können. Und die funktionieren auch bei den gegenwärtigen Impfstoffen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, auch gegen Omikron. Also die Booster-Impfung, die wir ja im letzten Juni, Juli schon angemahnt hatten, die jetzt ganz wichtig war, auch vor Omikron für die über 60-Jährigen, Daran hat sich nichts geändert. Und das wird sicherlich auch helfen, falls die Omikron-Variante dann im Dezember, Januar, Februar einen größeren Anteil an den Infektionen ausmachen wird. Also Sie sagen, das Boostern jetzt bringt schon was gegen Omikron. Aber noch besser wäre es dann im April? Nein, Boostern jetzt ist der Ansatz. Im April, Mai nochmal sich eine Impfung zu holen, ist nicht notwendig, weil die meisten, auch die über 60-Jährigen, mit einer Booster-Impfung jetzt sehr gut durch den Winter kommen werden. Sie werden sehr hohe Antikörpertiter haben. Sie werden auch die zweiten und dritten Bollwerke des Immunschutzes nochmal aktivieren. Und das reicht dann sehr gut sicherlich für die allermeisten in das Frühjahr hinein. Und im März, April, falls dann ein neuer Impfstoff, also ein abgedateter Impfstoff zur Verfügung steht, dann ist der nicht mehr notwendig, in diesem Jahr den zu nehmen. Und es wird auch keine signifikanten Mengen an Impfstoff geben. Also wir müssen uns darauf einstellen, genau das zu tun, was eigentlich im Sommer schon klar war. Boostern der über 60-Jährigen hilft gegen alle Virusvarianten, egal was jetzt noch kommt und was schon zirkuliert. Die über 60-Jährigen profitieren hier am allermeisten. Auch jüngere Jahrgänge können sicherlich davon einen Nutzen herausziehen. Und dann natürlich die Erstimpfung. Das sind die Personen, die natürlich am stärksten betroffen sind, auch wenn Omikron jetzt kommt. Und die Kontaktbeschränkung in den Hotspot-Regionen, das ist und bleibt auch die Grundpfeiler der weiteren Pandemie-Eindämmung in diesem Winter. Egal, ob Omikron kommt oder nicht. Ja, die Inzidenzen nehmen ja derzeit zumindest nicht mehr zu. Ist der Scheitelpunkt der vierten Welle damit erreicht oder wie interpretieren Sie die aktuelle Infektionslage? Ja, es gibt ja aus den vergangenen Pandemien und auch aus dieser repetitive Hinweise immer wieder darauf, dass die Wellen in den drei- bis viermonatigen Abstand laufen. Inzidenzen von über 1.000 kann in einer Bevölkerung nicht lange existieren, weil einfach ganz viele Menschen immun werden, beziehungsweise die Impfung kommt noch dazu. Ich glaube, den Scheitelpunkt haben wir erreicht. In einigen Regionen, Sachsen, Thüringen, auch südliches Bayern, in anderen Bundesländern wird die Zunahme noch etwas anhalten. Aber ich glaube nicht, dass das Geschehen an der stark zusammenbrechen wird, sondern auf einem hohen Niveau weiterlaufen wird. Aber das wird entscheidend davon abhängen, wie viele Menschen sich jetzt boostern lassen. Also ob wir ein relativ entspanntes oder angenehmes Winter neuer haben werden, wird eminent davon abhängen, wie viele Menschen sich jetzt impfen lassen. Und egal, ob die Omikron-Variante kommt oder nicht. Das heißt, eine allgemeine Impfpflicht befürwarten Sie? Nein, die befürworte ich nicht. Allgemeine Impfpflicht würde bedeuten, dass alle sich impfen lassen müssten. Das würde die Grundfesten der Pandemiebekämpfung, nämlich dort anzusetzen, wo die Krankheitslast am größten ist, nicht berücksichtigen. Ja, für die über 60-Jährigen wäre sicher ein hoher Impfanreiz sehr richtig. Dort liegt die Krankheitslast. Über 95 Prozent der Menschen, die sterben, sind über 60 Jahre alt. Und sicherlich auch eine einrichtungsbezogene Impfpflicht oder Impfanreiz macht Sinn, weil man ja als Bewohner im Alten- und Pflegeheim sich nicht schützen kann vor einem nicht geimpften Pflegepersonal. Also das würde auch dazu gehören, auch in den Krankenhäusern muss man sich das überlegen. Aber warum soll sich ein Jugendlicher unbedingt impfen lassen, wenn die Auswirkungen der Erkrankung überschaubar sind? Und vor allen Dingen, man kann nicht davon ausgehen, dass tatsächlich das Impfen der Jüngeren dazu führt, dass die Krankheitslast in den Alten- und Pflegeheimen abnimmt. Natürlich beteiligen sich Jüngere an der Weiterverbreitung des Erregers. Aber jetzt gibt es 2G und 2G plus Testen für jemanden, der ins Alten- und Pflegeheim geht, egal ob jemand geimpft ist oder nicht. Das sind die wichtigen Barrieren, die müssen aufrechterhalten werden. Impfanreiz ja, aber dort, wo die Krankheitslast am stärksten ist. 2G haben Sie gerade schon angesprochen. Der Einzelhandel läuft gerade Sturm gegen die in der vergangenen Woche beschlossenen 2G-Regel. Viele Händler fürchten nämlich ums Weihnachtsgeschäft und verweisen darauf, dass der Handel nie ein Infektionstreiber gewesen ist. Können Sie sich also diese Beschränkung erklären? Ja, es tut mir leid. Die durchschnittliche Anzahl von Kundenkontakten im Einzelhandel beträgt ungefähr 53 Millionen am Tag vor Corona. Und in den letzten anderthalb Jahren sind keine bemerkenswerten Ausbrüche bei Kunden im Einzelhandelsbereich festgestellt worden, bei den intensiven Nachuntersuchungen auch in den Gesundheitsämtern. Und wenn man sich die RKI-Statistik anschaut, also das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Die Hygienekonzepte, die im Einzelhandel umgesetzt wurden, müssen ja wohl funktionieren, wenn dort im Prinzip nichts Herausragendes an Infektionsquellen gefunden wurde in den letzten anderthalb Jahren. Ich glaube, hier sollte man wirklich evidenzbasiert arbeiten und vielleicht auch mit dem Blick zu einem Balancepunkt zu finden zwischen den gesundheitlichen Auswirkungen, die man begrenzen muss, aber auch den sozialen und den wirtschaftlichen Folgen, die diese Maßnahmen haben. Sagt Professor Klaus Stöhr. Besten Dank für das Gespräch. Ihnen noch einen schönen Tag. Dito. Vielen Dank.